Welche Fähigkeiten brauchen Sie als Führungskraft jetzt am meisten? In einer Studie haben 75 Prozent der Führungskräfte gesagt, emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die uns jetzt durch diese sehr ungewöhnlichen Zeiten führen wird. Ich bin Brigitta Wurnig, ich bin seit über 20 Jahren als Coach tätig und mein Hauptthema ist Führung. Und emotionale Intelligenz hat mich von Anfang an begleitet, als Coach, als Mensch und auch natürlich im Privatleben. Und diese Fähigkeit, diese Fülle an Fähigkeit möchte ich Ihnen gerne vermitteln. Einmal im Coaching und auch in einem besonderen Training. Das Training heißt Search Inside Yourself. Es umfasst emotionale Intelligenz, Neurowissenschaften und Achtsamkeit. Was bedeutet eigentlich emotionale Intelligenz? Es gibt fünf Aspekte. Einmal die Selbstwahrnehmung, einmal die Selbststeuerung, drittens die Motivation, viertens die Empathie und fünftens die soziale Kompetenz. Achtsamkeit und emotionale Intelligenz unterstützen Ihre Führungsfähigkeiten, die Zusammenarbeit und Ihr Glück. Und dieses Training hat eben im Fokus, dass Sie bei sich selber beginnen. Ich führe das Training mit meiner Kollegin Marte Kamp-Zehlers durch. Der nächste Termin ist am 16. bis 20. März. Vier Teile je zwei Stunden und ein Teil vier Stunden. Vielen Dank, ich freue mich auf Sie.